So, ich zeige euch heute, wie ihr innerhalb von einem Tag ein komplettes Buch, ein Taschenbuch, ein E-Book oder beides runterschreibt, selbst dann zu einem Thema, was ihr nicht vollumfänglich und gut beherrscht, sprich wo ihr sonst erst ein paar Wochen recherchieren müsst. Und zwar geht es nur mit Hilfe der KI, Künstlerinnen und Intelligenz. Es redet zwar die ganze Welt von ChatGPT, aber ChatGPT ist nur das bekannteste KI-Tool, nicht das Beste und schon gar nicht das Beste zum Schreiben in deutschen Texten, weil es amerikanische Software ist und im Hintergrund den Text durch einen Translator jagt. Viel besser geeignet ist die Software Neuroflash und ihr seht hier in dem Film von der Idee, wir schreiben ein ketogenes Buch, wir beginnen mit dem Inhalt zu schreiben, zack, Copy-Paste, übernehmen in den Textverarbeitung und dann Kapitel für Kapitel, Anweisung, zack, Copy-Paste, Schlusswort. Ihr habt noch eine eigene Idee, z.B. hier im Film das Bonus-Kapitel für Aminosäuren, einfach machen und einfügen. Es geht wirklich total easy und ihr habt in einem Tag das Buch fertig. Auf was der Film hier nicht eingeht, ist Marketing und Verkaufsoptimiert. Das ist ein separates Training, das biete ich auch an, schaut meinen Link in der Video an, aber ich beginne erst mal mit schreiben.